Hey Freunde, wir brauchen eure Hilfe. Über die aktuelle Situation müssen wir ja jetzt gar nicht groß sprechen. Die ist ja bei euch in Deutschland genauso wie bei uns hier auf Mallorca. Mit dem Unterschied, bei uns ist ein bisschen schöneres Wetter, aber unser Ministerpräsident hat gerade festgelegt, ab Montag 8 Uhr dürfen wir nur noch aus dem Haus, wenn wir zum Arzt wollen, wenn wir in die Apotheke wollen, wenn wir zur Arbeit wollen oder wenn wir einkaufen wollen. Und das Thema Einkaufen, da wird es nicht mehr so viel geben, deshalb bleiben wir lieber gleich zu Hause. Deshalb reden wir über andere Sachen. Wir machen das Beste draus. Und ich habe mir überlegt, eigentlich hätten wir ja Ende März am 30. unseren ersten Grillkurs mit den ganzen neuen Inhalten, hier in unserer neuen Grill Area mit unseren neuen Partnern Otto Wilde Grill und Camping Gas. Danke an der Stelle nochmal an die beiden für die geile Ausstattung. Und vielleicht habt ihr am Montag auch gesehen bei Sonnenklar TV unsere erste Küchenparty hier aus unserem Grill Area. Das wird ja jetzt alles nichts. Ihr kommt nicht hierher, wir kommen nicht raus. Also irgendwie eine Grillparty gemeinsam, das kann nicht funktionieren. Und jetzt kommen wir dazu, wie ihr helfen könnt. Wir haben uns entschlossen, wir machen ab morgen und zwar um 17 Uhr. Die erste Live-Grillparty, wir nennen sie jetzt einfach mal Live-Grill-Pandemie-Party und ihr könnt zu Hause dabei sein. Was müsst ihr tun? Ihr müsst einmal das, was ihr jetzt gerade seht, teilen an alle, die ihr kennt und vielleicht auch an die, die ihr nicht kennt. Ladet eure gesamte Freundschaftsliste ein. Und das zweite, bitte schreibt hier unten in den Kommentaren rein, was ich euch morgen gerne grillen möchte. Schaut mal, was ihr noch neben Klopapier und Nudeln bei euch im Schrank findet, was ihr eh verarbeiten wollt. Dann gucken wir mal, was die meisten Reaktionen sind und daraus machen wir dann morgen ein cooles Grillgericht. Wir schreiben dann auch relativ schnell die Rezepte und die könnt ihr dann bei uns runterladen, weil ihr habt ja jetzt Zeit. Weil auch ihr müsst zu Hause bleiben und auch ihr könnt dann für euch und eure Familie zu Hause grillen mit den coolen Sachen von uns. Also nochmal, morgen 17 Uhr, erste Live-Pandemie-Grillparty aus der Event-Finka in Porto Colombe. Jetzt bitte unten reinschreiben, was ihr zur Verfügung habt, was ich euch morgen geiles grillen soll. Und zum zweiten, alle, aber wirklich alle einladen, die ihr kennt und klingelt beim Nachbarn und redet durch einen Tierschlitz mit dem, sagt, der soll morgen 17 Uhr Facebook einmachen, Event-Finka Mallorca und dann live dabei sein bei der Grillparty. Das wird großartig. Wir sehen uns morgen und ich bin jetzt schon gespannt, was es dann morgen zu sehen gibt. Und übrigens, wenn das funktioniert morgen, machen wir das jeden Tag, bis dieses fucking Virus uns endlich wieder das Leben leben lässt, was wir leben wollten. Also, jeden Tag Grillkurs, bis wir es nicht mehr können.